Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Goblin Stone. Wenn euch das Video gefällt, den ersten Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Ja, beim letzten Mal haben wir den Kameraden kennengelernt, der unsere Fähigkeiten verbessert, haben einen weiteren Goblin verloren. Aber es ist ja schon was Neues auf dem Weg. Also wir erforschen gerade die Quarters, die sind in Arbeit, damit wir Veteranen in den verdienten Ruhestand schicken können. Und heute wollen wir zuallererst erstmal, wo ist ja Soak Antler, Namen sind schwer auszusprechen tatsächlich, ins Team holen. Und dann wollen wir nach Old Woods zur Fruals Rest und gucken, was uns dort erwartet. Wölfe, Spiders und irgendwas Unbekanntes. So, was haben wir denn vor uns? Oh, da ist schon wieder so ein Guru. Und ein bisschen was zum Verkaufen. Aber erstmal wird gegönnt. Magic Walk? Mit einem Twinket? Also das würde ich gerne erstmal einen von den beiden equippen. Und dann entschärnte ich seine Waffe. Wart mal, was habe ich ihn jetzt überhaupt draufgepackt? Das kann ich gerade nicht sehen. Wir gehen unten rum, weil da ist der Guru. Und Guru klingt gut. Ah, okay. Die Upgrades von Ihnen gelten aber nur für eine Erkundung. Armour ab auf jeden Fall. Das hat nicht bedingt was gebracht. Er bringt immer noch mehr als die anderen beiden Sachen. Soul Gate. Ich will mal mit den Tasten rumprobieren. Ob es irgendwo eine Schleichtaste gibt. Also mit T komme ich ins Team-Menü. Kann ich mir auch mal eben kurz... Okay. Mit I ist da. Ich habe hier irgendwas im Boden gefunden. Okay, ich habe jetzt jede Taste einmal ausprobiert, ne? Also ich finde keine... Langsam-G-Taste. Ist das ein Ghoul? Mann, sind die Fliegen laut. Wird schnell. Oh, ich hätte Mask beider mal austauschen sollen. Spirit Rush. Oh ja, noch schneller machen, ne? Ah, okay. Das frischt das dann nur auf. Stimmt, warum sollte ein Zombie bluten? Gut, dass ich den geslowt habe. Bonk. Das Geräusch von diesem Fliegen ist echt nervtötend. Kann man die überhaupt, äh, verwirren? Kommt mir jedenfalls nicht so vor. Wäcki, 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 bitte. Äh, hätte ja sein können. Okay, der stöhnt einfach nur. Darauf habe ich gehofft. Soul Gate. Okay. Okay. Blast. Noch einer Rib. Keine Ahnung, warum ich jetzt die Karte gezogen habe zur Abwechslung. Ich schaue wir dir hier einfach mal. Das ist, glaube ich, sicherer als alles andere. Ich schaue mir hier einfach mal. geblastet ich habe ihn gefließt der zombie hat die geld bei sich kann ich die eigentlich auch nach hause schicken wenn die zugeschädigt sind kann ich nicht ok ich gucke gerade nur wo ich lang will hier glaube ich geradeaus es bringt mir glaube ich mehr ich habe auch kein high item hier gefunden das geld will ich behalten und jetzt werden freundliche halt wir lassen hier niemanden sterben wir gehen natürlich unten lang das gibt der guru intersepten Zool geht Interzepten Drei Runden lang jemanden zu intercepten klingt doch gut Wolf Aber nicht nur einer Die Wölfe sind immer ganz fies Fräst Das ist so stark Aua Die Spinne kann ich vernichten Auf dich wäre ich ein Stein Schade, er hätte ja klappen können Oh Nein, Lehmoppa Fräst Exterminate Vicky Jetzt wird drauf gehauen Ihr habt einen unserer Freunde auf dem Gewissen Mal gut was bekommen Ihr werdet unser gefallenen Freund nicht vergessen Wir werden weiter ziehen in diese Richtung Hallo Hallo mein Freund Das war's für heute. Chapter 2 The Hinterlands The Hinterlands Oh Wir sind schon bei den Hinterlands angekommen Lane Mopper Du wirst nicht vergessen Wir haben die Quarters fertig gebaut Upgrading Ancestors Hall Let's you live deeper Verconstruct new rooms And upgrade existing rooms Ancestors Hall Soll ich upgraden Ah dafür brauche ich aber 5 Seelen So wie mache ich das jetzt Dass ich den Leuten sage Sie können Fertig mit der Welt sein Wahrscheinlich einfach auf die drauf drücken Würde ich mal so raten Ja Ihn kann ich Vitaian lassen Und jetzt ist er fertig mit der Welt Er kann auch Vitaian Genauso Heat Ja ich will mal nur die Veteranen jetzt hier sehen Mass Spider darf auch in den Ruhestand gehen Die 3 will ich noch behalten Außer da oben steht jetzt ein neuer Guard Ne Oh Gott Was sehen Habe ich auf einmal viel Platz Ja könnt ruhig alle rein So dann upgraden wir hier mal Geils Lader Ach dann kann ich sie so weit upgraden Das kostet mich auch nur Seelen Upgrading the Ancestors Hall Let's your dev deeper construct new rooms And upgrading existing ones Upgrade your one room to Level 2 To start each adventure With an Oriflame That provides a random blessing For the party's journey Upgrade the camp cons This will allow you to recruit more goblins Dafür brauche ich Holz und Knochen Dafür brauche ich nur Stein und Äh Ohre Ja von den Ohres habe ich viele von den Steinen Jetzt nicht unbedingt so Oh der Stuhl hier scheint stark zu sein Das kannst du erstmal haben So Äh Ich will die Geils Äh Geils hier haben aber Ich habe weder das Holz noch die Fibers Und der verkauft jetzt auch nicht so extrem viel Na gut verkauf mir mal das Na gut verkauf mir mal das Habe ich schon mal einen besseren Stuhl Den normalen Stein kannst du haben Was ist wenn ich da upgrade Ah und die werden dann wahrscheinlich wesentlich stärker Also die Gruppe an sich Das upgraden macht das Meer gleichzeitig Gebreedet werden Das equippen wir mal unseren Verteidiger Wie gesagt da brauchen wir erstmal Materialien Ah das upgraden macht das ich unterwegs mehr Platz habe Ich habe jetzt richtig viele Aufgaben Meet up with the hawk Äh meet him at furious west Die ancestor hole Äh auf 3 Raw room Und campground Was kostet es mich denn da Da brauche ich 20 sehen für Okay da haben wir erstmal ein bisschen was zu tun Bei furrows west soll ich ihn treffen Na gut Ich gucke jetzt hier gerade noch Aber ich glaube Für heute sind wir relativ Relativ durch Lame hopper ist leider tot Wir können ja einen weiteren Von denen eben kurz noch hier Zu den Schamanen machen Dann gucken wir mal Waldgläscher ist äh sehr ausgeglichen Wir nehmen erstmal die die Trades haben Not Buzzer Der hat ultra viel äh Spirit Der äh der eignet sich eigentlich zum Magier Eignet sich noch einer von denen zum Magier Milksetter ist auch eher so ein Magier Ich weiß dass wir noch 3 Veteranen haben aber ich will sie eigentlich nicht äh Da hinsetzen Wenn wir sie eh noch brauchen Also ich habe ja keinen von der Rasse sonst Na gut Leute Ich hoffe ihr hattet alle Spaß an der Stelle mit dem Video Wenn ja ein Abo und ein Like da lassen Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao Leute Bis dann Dann